Ersten 100 Kilometern und in den ersten drei Stunden sind wir jetzt im Berliner Bellerink rum in Richtung Schweiz. So, Ankunft Naturfreunde aus Amdornig. Das sieht ja beim Kaffee auch nicht. Ich weiß nicht, dass das hier so ausstellt. Unsere Unterkunft gerade am Anreisetag. Der Hartmut trinkt hier heimlich. Der harte Kern sitzt hier. Der harte Kern. So, die Betten wurden bezogen. So sieht hier ein Vierbettzimmer aus. Die ersten Gäste schlafen schon. Da wird wieder alles eingepackt. Guten Morgen. Guten Morgen. Alle wachen? Die Kurgäste sind hier schon am Werk. So, wir sind jetzt am Naturfreunde aus Beartenberg angekommen. Und werden uns jetzt erstmal Essen machen und die Zimmer beziehen. So, Abendbrot wird für fertig. Erd brutzelt. Ne, ne, die Küche kann durch Druck sein. Den musst du so machen, wa? Genau, genau. Schöne Essen. Küttenwart Peter. So. Einen Ausblick hat man hier, Leute. Oh. So siehts hier aus. Dort sind die Hausleute und die sind so speziell und stehen. Ja, stehen da vor jedem Baum. Ich hab's im Winter mal mitgemacht. Wir haben mehrmaßen kalte Beine hier direkt. Am Morgen danach. Hier sind die, die aus, wo die hier in Zeitung sitzen. Die haben wir ja nicht. Die haben wir ja nicht auf der Stelle schon mal gesehen, die wir ja nicht für eingehen. Vielleicht würde ich die Frage noch machen. Die machen wir ja nicht mehr. Also das ist dann ja erst das. Weiß ich, ich hab's im Winter. Hör'n? Ja. Was? Morgen, Nicole. Morgen. Ist der Koch schon unten? Oh, alle. Nach fünf Minuten ist jetzt sonst leer. Papa, Susanne, kennen Sie mich alle. Das ist noch eine andere Sorte. Nachwechsel. Danke schön. Bitteschön. Dann ist schon Salz. Ist das bei Zütteln oder Süßstoff? Ja, mit Zütteln. Oh, hier wird geblitzt. Das ist noch eine andere Sorte. 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 Du hast auch einen Kuss. Das ist noch eine andere Sorte. Das ist noch eine andere Sorte. Hier gibt es auch die Schülerlotsen für unsere Leute, wird extra der Verkehr gesperrt, wenn wir kommen. Das ist auch die Schülerlotsen. Untertitelung des ZDF, 2020